Obwohl David der gesalbte Regent war, wurde er von seinen Brüdern verachtet. 1. Samuel 17, 28 Und Eliab, sein ältester Bruder, hörte zu, als er mit den Männern redete. Und der Zorn Eliabs entbrannte über David, und er sagte, »Warum bist du überhaupt hergekommen? Und wem hast du jene paar Schafe in der Wüste überlassen? Ich erkenne deine Vermessenheit wohl und die Bosheit deines Herzens, denn du bist ja nur hergekommen, um dem Kampf zuzusehen.« Obwohl Jesus der gesalbte Regent der Juden war, wurde er von seinen Brüdern abgelehnt. Johannes 19, Vers 19 Johannes schrieb aber auch eine Aufschrift und setzte sie auf das Kreuz. Es war aber geschrieben, »Jesus, der Nazorea, der König der Juden.« Offenbarung 19, Vers 12 Seine Augen aber sind eine Feuerflamme, und auf seinem Haupt sind viele Diademe, und er trägt einen Namen geschrieben, den niemand kennt, als nur er selbst. Johannes 1, Vers 11 Er kam in das Seine, und die Seinen nahmen ihn nicht an. Johannes 7, Vers 5 Denn auch seine Jünger glaubten nicht an ihn. Johannes 19, Vers 21 Die hohe Priester der Juden sagten nun zu Pilatus, »Schreibe nicht, der König der Juden,«, sondern dass jener gesagt hat, »Ich bin der König der Juden«. Der König der Juden, einige Movement parentage, »Schreibe nicht, supervisorinago Fernseherf Ergte Eben. categorie ist eine netsivote Entdeckung, die eine Erlendung behlig. Machina Val